Wir können uns mal Richtung Brücke begeben, Richtung Main Bridge. Copy. Ich zeige ja auch Planets 3 2 und habe nur ein Warframe entdeckt. Ach und da gibt es ja noch das Game. Rufen wir ab und dann machen wir uns bereits. Ey, genannt. Gestern. Joggerl hat mal AP. Ist genannt. Diese Fahrtkünste. Gesoffen oder was? Super, dann gucken wir mal. Trommelwirbel. Verschuss. Einfach weiterfahren, einfach weiterfahren. Von wo? Hinter uns, Kampfer. Ich habe ihn nicht gesehen, keine Ahnung. Ich klebe auf 6. Ich klebe auf 6. Ich laufe rück und kläre es auf. Ihr fahrt erstmal ein Stück weiter. War nämlich zwei Abpraller oder ein Abpraller bisher. Jo, habe ich gesehen. Jo. Alles klar. Beim Attackmarker, siehst du den? Nee. Jetzt über oder wieder raus. Gehen wir zur Straße. Kinkel. Siehst du den Attackmarker? Jetzt sehe ich ihn, ja. Da steht der Puma. Alles klar, habe ich einen Busch vorm Weg. Fahr mal ein Stückchen vor. Fahr mal ein Stückchen vor. Siehst du den kleinen Busch da auf 12 Uhr? Busch da. Wenn du mich da hinstellst, dann müsste ich sehen können. Bei meinem Attackmarker. Es ist halt wieder vor. Guck nur, der Turm raus. Bei meinem Attackmarker direkt. Da habe ich direkt einen Baum wieder vor. Der might ist jetzt vor. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Perfekt, stopp. Ah, ich sehe ihn. Bisschen höher. Er bewegt sich. Nicht mehr. Nicht mehr. Jetzt ist er futsch. Hat er euch getroffen? Nö. Also, bis auf die Abpralle. Ja gut, die alle sind ja weg. Das letzte Mal da vorne in den Schatten von dem Baum. Ich glaube, hinterm nächsten Hügel ist er auch. Rechts, 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 rechts. Rechts neben dem, rechts neben dem, so das Trucker schießen. Ja, reicht, wenn du hier noch ein Stückchen weiterfährst. Dann kann ich, glaube ich, gut wirken. Ja, das sieht gut aus. So verstanden. Ja, kann wirken. Ah, ich setze den Movemarker. Äh, ich sehe Bewegung auf 1 Uhr. Nein, warte, nicht vorfahren, nicht vorfahren. Bleib stehen. Ignorier den Movemarker. Da war gerade ein Infanterist, der irgendwie von links nach rechts lief. Also, es kann sein, dass auf 2 Uhr gleich ein Infanterist rauskommt. Auf den Auge doch. Stucker. Panzer vor, zum Movemarker. Also, auf den, auf den Schlumpf. Fahrer, wenn der Panzer, wenn du den, wenn der Tiger bei uns steht, dreh den Panzer leicht schräg. Stell ihn nicht frontal zum, äh, zum Tiger. Leicht anwinkeln, nein, ist gut. Ah, leicht anwinkeln, weil ich möchte nicht, dass uns ins Munitionslager reinballern kann. Dann dreh, versuch ihn aber immer nach rechts anzuwinkeln, also dass er unsere linke vordere Seite sieht. Okay, ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Panzer ein. Ich auch. Recht voraus. Da kann ich nicht hinschießen. Da fährt er, der Kaffee von uns. Rechts, 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 rechts. Nach 12, Richtung 1, Richtung 1, unter das Tal. Ich markiere. Ja, sehen, kann ich aber nicht drauf schießen. Er kommt, er kommt. Ich kriege die Kanonenrohr nicht so runter. Aber jetzt gar nicht, stopp. Panzer halten. Treffer. Direkt ins Munitionslager. Oh, schade. Gut, ich knack den Motor. Turm drehs. Boom. Was war der Motor? So, jetzt zieh nicht auf den Rechtsschützen. Weg damit. Treffer. Rechtsschütze außer Gefecht. Turm dreht sich nicht mehr. Dann versuch ich's mit der Munition. Einmal aufzustiegen. Nein, das war random. So, abzuh zerstört. Da läuft einer. Ja, das ist einer von uns. Fuck. So. Na, Conti, hat's geschmeckt. Bei elf Uhr. An der Straße. Da liegt einer. Dein kann ich nicht erwischen. An der Straße. Moment. Da liegt ein ganzes Gurt. AE laden. AE laden. AE wird geladen. Halt. Gute Nacht, Couch Potato. Bei zwölf. Da steh, rennse. Sorry, nicht. Bei zwölf. Tagmarker. Ich seh den Tagmarker nicht. Nee, tut er hier halt. Weiter rechts vom Tagmarker. Weiter rechts. So, ja. Setz da mal ne H hier rein. Verstanden. Boom. Ach, da krabbelt noch was. Jetzt nicht mehr. Das ist tot. Noch ne Phosphor, um den Sunny zu ärgern? Ja, wir gehen noch ein bisschen auf den Geist. Geladen. Feuere. War fett, Tony. Links von Helljumper. Von der Leiche von Helljumper liegt noch ein Schütze. Ich mag hier in dir. Warte, hör mal auf den Turm zu drehen. Bei mir Tagmarker rechts. An dem Baum. Setz da mal ne HE hin. Direkt an den Baum. Muss auf HE laden. Wir laden, Feuere. So, der ist gut. Da kommt einer. Ist das einer von uns? Das ist einer von uns, das ist random. Random. Ah. Der beschwert sich. Mit Sauna und ne HE random? Ich hab noch ein paar. Ich hab die Hilfe von der Heide, der gerade schon abgehoben. Ich hör nur Mimimi von der Infatrie. Ich lass das mal auf die Straße. Ich lade wieder AP. Jawohl. Ach, die NSO-Dinger. Ja, ja, ja. Anze, halt. Was hat mehr Zukunft, Post-Skriptum? Nein, der ist nur Post-Skriptum. Meiner Meinung nach. Auf die benachbarte Straße nach L... Maka-Skriptum. Post-Skriptum. Ähm, nein. Andersrum. Beschuss im Nahbereich. Beschuss im Nahbereich. Ich steig raus. Vielleicht hier in den Büschen noch. Oh, ich seh ihn. Ne, da, warte mal der... Ach so, ne. Zu spät. Sorry. Ich hab die Granate, der hat übergeschmissen. Sorry. Aber da schießt du was. Schnell, Sack, ich höre. Da schießt du was. Da schießt du was. Na ja. Ah, ich seh ihn. Ich komm noch nicht ran. Da ist er. Ja, ich komm nicht ran. Bei der Straßenseite. Ich komm nicht ran, fahr vor. Einfach platt. Wo steht er? Direkt drauf. Okay, unter dem Zeil jetzt. Ich spring raus und er schieß ihn. Hier zwischen den Füßen muss er irgendwo rumlungern. Hier liegt ein Deutscher. Vorsicht. Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Am Panzer. Nein, gesehen. Gesehen. Ich hol den mir. Ich hab ihn überfahren. Hast du ihn? Da steht neben mir, steht neben mir. Danke dir. Kein Problem. Ich muss den Nachladen. Das war knapp. Sollen wir dir den Sunny besorgen? Mir geht's gut. Angeschossen macht er mich nicht. Er hat mich verfehlt. Ich hab dreimal Blutspritzen sehen. Sankt Blut vielleicht. Ja, möglich. Da fährt er, da fährt er halt. Panzer, halt. Da vorne echt blöd, irgendwas. Das ist gesehen. Ah, ja, seh ich. Soll ich grob draufschieben? Nee, 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 nee. Panzer vorn. Ähm. Dann. Äh, was ich gut fand, war das Panzer-Gameplay. Da fand ich's interessant, dass der Fahrer halt, ähm, durchschalten, also Gänge schalten musste. Ähm, was ich weniger gut finde, ist, dass der das MG hat. Ein Stück zurück, ein Stück, oder noch ein Stück vor, genau, genau. Ja, jetzt kann ich wirken. Jetzt kann ich über die, ja, ich kann feuern, ich seh nur nix. Perfekt. Ich seh das MG-Feuer. Ja, ich, ich, ich weiß, warte, 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 ich setz den Marker, da schießt du drauf. Okay. Attack-Marker steht. Treffer. Ich setz hier gleich noch einen, ich setz hier gleich noch einen. Verstanden. Dann zieh ich ein Stückchen höher. Feuer frei. Befeuer, bis an Abballer. Verstanden. Nach vorne bis in Busch. Frei. Ich wechsle die Munition. Nochmal. Nochmal feuern, nochmal feuern. Ja, ich lade. Ich bin tot. Ich glaube, er ist auch tot. Hast du ihn erwischt? Ja. Also, da kam eine sehr große Explosion und er hat aufgehört zu schießen. Der hat aufgehört zu schießen. In dem Fall ist er tot. Aber ich wechsle kurz. Ja, guck mal nach, bitte. Ich komm dann vom MSP zu euch gelaufen. Jupp. Schönes Ding. Sauber. Ich komm zu euch gelaufen. Gut. Mhm. Dab story. uition. M角 sind wütiger,войib nesteная Seite. Ich weiß, du barют coordinate. áruta. Dab fly. Dab. Wört Nok.